Hallo liebe Fußballfreunde. Thema Hamburg SV. Zweite Bundesliga 2023-2024. Sieben Spieltag. VfL Osterbruck gegen Hamburg SV. Hamburg SV. Entgibnis 2 zu 1. Startelf. VfL Osterbruck. Startelf. Lena Krill. Akani. G4. Gritte. Kleinansel. Gnase. Gui Sanke. Teche. Wolf. Ekelhard. Kuntea. Startelf. Hamburg SV. Hoyer Fernández. Gepet Ramos. Hanska Tunig. Hoyer Mefer Reis. Benes. Yata. Tompe. Knatzel. Das war's von VfL Osterbruck gegen Hamburg SV. Mitternacht 46. Jan Kass. Vielen Dank.